Ich möchte mich vorstellen als Staatsverbrecher. Ich weiß nicht, ob Sie im vis-à-vis schon mal einen Staatsverbrecher gesehen haben, aber die DDR hat gemeint, ich wäre einer und hat mich auch infolgedessen dann verurteilt. Man war den Leuten hilflos ausgeliefert. Ich habe damals irgendein Schutzpanzer umgelegt, ich habe heute noch keine Gefühle. Kann man nicht beschreiben, das ist die Angst, die mich in den Träumen noch ab und zu heimsucht und die einfach verwurzelt ist. Das ist wie, ich sag immer, ein Stein auf der Seele, der nie weggeht. Die Angst ist immer da, wieder allein dazustehen und niemandem zu vertrauen und damit auch verrückt zu werden. Diejenigen, die Täter waren oder als solche benannt werden und von den Opfern angesprochen werden, zeichnen sich meistens durch Feigheit aus. Immer wieder, das wiederholt sich in der deutschen Geschichte. Ich bin der Mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz! Ich bin der Ich bin der Ich bin der